Da sind wir wieder zu Skyliner Giants, jetzt erstmal alles vereint. Tschöne! Also, wir gehen mal hier lang, komm mal mit du. Ja, meiner ist ja toll! Ich kann auch von oben einfach runterholen, ich kann mir voll eine runterholen. Ich weiß mir nicht, was bringt mir das? Warm, warm, das ist eine Art Schutt-Shit, schätze ich mal. Schutt-Shit! Da kommen wir nicht drüber, was ist das denn hier? Eisbahn? Du hörst es besser als ich! Geh weg! Aua! Okay, danke! Alter! Alter Falter! Eieieiei! Ein bisschen Butterfly! Bist du das? Klaro! Ist das da ein Penis der auf und ab geht? Ja! Geil! Hallo! Ah! Fail! Hä? Wie komme ich denn sonst hier durch? Wozu brauche ich denn ganze Bombe? Ich verstehe immer Eisbein! 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 Ich glaube, wenn man die hochskillt, das wäre geil! Da ist so eine Bombe, aber wie kommen wir denn? Kannst du die nicht hier... Wirf ja genau! Das wusste ich! Na... 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 Alter! Ja? Ich will auch mal Geld haben, ich hab fünf! Hundert Euro! Nein! So, jetzt geht's los hier! Och ne, nicht schon wieder das! Entschuldigung! Was war das für eine dreckige Lache! Falsch! No! Wenn du es genau andersrum getudelt hättest! Genau! Wird ja so wieder da! Willst du da gar nicht hin? No! Prost! Chuck! Nares! Chuck! Nares! Chuck! Schuck! La... 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 Wuaaa... Wuaaa... Haaa... Oh... Jetzt habe ich es. Der Arme. Ja der muss voll gefehlt werden. So ist das richtig. Hat er gelöst. Oh mein Gott. Flügel Saphir. 2 Minuten Rabatt auf Verbesserungen. Geil. Geil, ne? Geil, geil, geil. Komm her Vogel. Da runter. Wenn es gehen würde, ja. Ich will da runter. Ich habe tot. Achso. Und hier hoch. Geil, jetzt habe ich 10 Geld. Du hast 10 Geld? Ja. Du musst mal eben schnell aufmachen. Warum musst du das eigentlich immer? Firefox 1 ist jetzt offline. Warum ist Firefox offline? Weil es besser ist als Internet Explorer. Leitkor. Mehrfach drücken. Warum darfst du das immer nur machen? Weil ich. Ahhhh. Also habe ich jetzt bekommen. Möhrenhör. Dich, 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 dich. Ich möchte nicht. Warum habe ich den denn nicht auf? Warum habe ich den denn nicht auf? Ich wollte den nicht aufhaben. Nooo. Hä? Hä? Das musst du selber bei dir auswählen oder nicht? War das nicht so? Ähhh. Der Himmel ist die Grenze. Ja, das ist der. Ich habe gerade schon. Der Pimmel ist die Grenze. Ja, das ist der. Plus zwei Dings, plus zwei Jenes. Da war gerade irgendwas mit Prinzessinnen. Aber ich habe ihn noch nicht. Ja, das passt gut. Ich will gar keinen Hut haben. Geht das nicht auch einzustellen? Ja, jaaaaah. Du kannst dir den Hut ja aufsetzen. Wollte ich ja auch. Den habe ich doch ja gedrückt. Dann muss ich das machen. Wie war ich das? Mit, oh, mit Select. Sorry. So, jetzt. Let's. Let's. Sieht gut aus. Miep, 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 Miep. Nein. Eine wirklich coole Wahl. So. Oh, ich bin ein Möhrenhut. Hoin, ja. Bin eine Möhre. Du bist meine Möhren. Watschel. Bappappappappapp. Wir haben noch keinen Schatz gefunden, Schatz. Du bist doch mein Schatz. Schatzi, Schatz, 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 Schatz. Ha! Ha! Ich versperre dir den Weg. Da kommen einfach Pfeile von oben. Ah! Geil! 35 Geld. Ja! Stirbt! Alle herkommen! Kuschel! Und mein Schutzwall, der verdammt ist. So! Oh nein! Nimmst du denn deinen Feuertypen? Dann ist er ganz schnell tot. Ich bin Brock und du bist jetzt in Brocks Stadt. Jungs, bereitet diesen Skylander einen warmen Empfang. Kacke! Geht mal alle weg! Puh! Aus! Weiter! Du bist fast tot. Ich weiß. Pass auf die Ba... Ich heile mich, den Duden leicht. Junge... Nein! Auci, 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 auci! Nein! Aber du musst auch geheilt haben. Die beiden werden geheilt. Ben, wir haben die Folge Dizzermissart. Echt mal... Echt mal... Glaubst du, du kannst Brock so leicht besiegen? Ja! Falsch! Brock hat alle Karten in der Hand! Und Brock weiß, wen du suchst! Wenn du den verrückten alten Einsiedler haben willst, komm und hole dir! Na gut! Danke! Den möchte ich gerne haben. Auf geht's! Ah, ich dachte, da kommt was Böses. Schaffe! Wo? Da! Wir gehen erstmal hierher. Kommen Sie mal her? Wollten wir noch Geld haben, Mann! Du bist zu Geld geworden! Ja! Was gibt's hier dran, ja? Eh immer Feinde! Ein Schlüssel gibt's da hinten! So, halten wir das! Dann kommst du mal mit, dann gehen wir hier raus! Wo geht's denn hier raus? Da geht's raus! Aus dem Haus von Nikolaus! Aus dem Haus von Nikolaus! Mwah! Dann gehen wir nochmal da lang gucken! Noch ein Häuschen! Hallo! Dann brauche ich einen Skylimn! Wie brauche ich einen Skylimn. Dann brauche ich einen Skylimn. ... ... ... DEN Bam! Laser! Einfach alles umrennen! Ach, nö! Zufall! Nein, das ist voll Glück! Ja, klar! Ups! Alter! Perfektes Ergebnis, Mann! Muss Ruhe öffnen! Brrrr! Strange!